wer war als letztes ich glaube es ist wieder dran genau kennt das doch jedes mal gewesen wenn wir zwei folgen und aufnehmen wenn du willst kannst du ja machen hier kannst du dich machen ich weiß es nicht mehr letzte mal hallo und willkommen zurück bei satisfactorie bei lustigen wasserspiel mit dem die idee dem nobody zendor je passen zu den temperaturen versuche hier zu verlegen so könnte man es formulieren hallo ja wir haben letzte folge oder zwischen den folgen jetzt erst mal sehr viel probiert diese wasserleitung da den weg hoch zu bringen weil ihr habt ja das ende der letzten folge sehen dass das wasser da oben noch nicht ankamen das haben jetzt die ganze zeit versucht zu fixen hat jetzt lange genug gedauert wir haben es nicht hingekriegt jetzt der alternativplan ist das atomkopf kommt er kommt darunter ich höre ich ganz schlecht hier ist sehr laut ich werde trotzdem weiter so tue es eine riesen drohne bringt material für die das sind mehrere drohen sogar sehe ich gerade ich glaube vier stück hinten in meine richtung wo ich gerade stehe vielleicht seht ihr die jetzt abheben wenn er da oben steht eben noch mal kurz ich habe auch eine vorbereitung getroffen für die uranpellets die müssen ja noch verarbeitet werden zu und werden start geben das war auch mein letztes mal punkt den wir zuletzt gemerkt haben das werde ich hier in dieser maschinerie machen mit euch zusammen zeige ich dann nur so was sehen ist wie keine ahnung was das sein soll luftballons die da in der luft rumfliegen die vier punkte da das waren vier große transporter punkte sind das nicht das sieht aus wie donut förmige zeppeln ne das sind acht das sind das sind die neuen wird neuerartige windkraftwerke dinge ausgehen dann weiß ich nicht wo du mit einer richtung gift musst du gucken dahinter die da ist es sieht man noch nicht das ist reaktor oder startplattform start mich hier mit der plattform hier schon mal gucken hier ja und das ist august und es ist warm und es ist okay ich weiß noch nicht was es jetzt bringt weil nichts passiert ich kann noch zwei oder drei weitere stages bauen ob erst dann irgendwas passiert ich weiß es nicht wer weiß der leute der erste brennstab wird produziert der erste pennstab der erste pennstab genau auch noch mehr von diesen oranienzellen wenn die noch nicht hergeschlagen jetzt kommen das dauert nur eine weile also diese kleine anlage von der dyson ist schon sehr groß bei uns in die basis hat die nicht mehr eingepasst da hinten hat jemanden bürogebäude gebaut genau guck ich mir auch gleich noch mal an die da ist es der war erst bei euch das atomkraftwerk da oben jetzt sind in den wald wo soll ich in die base dann haben wir strahlende aussichten das gehört dazu ja so ich bin ein bisschen enttäuscht hier muss wirklich jetzt wohl alle vier tiers also vier sachen noch mal baum ich dir als energieversorgung und ein art lehrt oder neben stellen ich weiß nicht ob das energie braucht das ding hier steht nur output und ist der groß der hat reaktoren geklärt hat gesagt kritsche kommt wieder oder das kiebel der sieht aber schick aus wo wo ist er der anderen seite von deinem ding der anderen seite vom fließband ding ich komme ich muss ich das jetzt anschließen also reicht ein mast um rauszufinden wieviel der produziert dann an der städter drin dann eben naja hier müssen wir stehen hier wird rumgehakt die leute müssen wir schnell noch wasser hinkriegen und dann können wir da das den brennstoff einlegen ok er hat sehr komplizierte kontrolldinger ok es muss da rein alles ich weiß nicht was müssen da rein das ding das sagt einem das ja nicht ob wasser muss da wohl rein oder muss man ein spezielles kühlmittel machen wo bist du denkst und du auf der anderen seite vom fließband freige gegenüber deiner deisens wäre binder das bin ich umsonst in die basis also diese fliegenden wind module windkraftwerke erinnert mich irgendwie an die gespenster aus super mario ich glaube das geht schneller als wie drüben das mit der deisens wäre dafür erst noch was bauen oder eher gesagt produktionskette aufbauen das wäre man sicher machen schafft es noch wasser hier ich brauch kalkstein dafür was brauche ich noch auch noch bin schon wirklich enttäuscht ich dachte es würde wenigstens jetzt irgendeine kleinigkeit um die sonne schweben das heißt da ist ein schwarm oder so aber nix er ist jetzt fertig ich muss noch dreimal das halt sehr sehr viele materialien rein stopfen das ist sehr mühselig ja gut der akku reaktor der sieht halt aus wie ich stehe drauf aus wie so ein tocker mark halt noch steht drauf wie die langweilige version vom wendelstein fusion reaktor ich stelle mal ein wie eingestellt werden muss genau da muss man daran nehmen dann einfach drücken und dann und dann rum rütteln und dann probieren das zeug zu produzieren was es braucht aber tja ihr lieben bei uns läuft ein wettrennen um die energiequelle also drüben dieser diese station für die deisens wäre sollte bis zu 1 terawatt leistung ermöglichen ja leute ich würde jetzt das kraftwerk in betrieb nehmen so wollte dabei ist ja liebend liebend gern wenn du kurz warten würde ist die basis gestellt dort mitten rein ich würde hier hinten anschließen würde dann vor allem und mit euch zusammen die ankunft der brennstäbe direkt ich bin direkt da ich werde nicht auf das gebäude von der stadt produktion ist das glaube ich stellen von darum wir auch mal reingucken gleich vor ich wo das ankommen ich bin direkt da das dauert nur noch wenige sekunden also ihr lieben am rande sein wählt ich habe jetzt wieder ein anderes mikrofon das ich schon einmal benutzt hatte in der vergangenheit ich hoffe dass der ton so geht und nicht hatte sich zu laut bin ich bin jetzt gerade da in der eisen verhütung sind okay und wobei du bist du dann kann ich ja schon mal ich bin auf dem förderband und erreiche in wenigen sekunden die basis gut dann angeschlossen das kommt jetzt von jetzt bin ich auch die dach schon mal vor ich bin auf dem laufband schneller als die ressourcen ich stehe jetzt beim kamin schornstein so sie sollten gleich ankommen mit der mk6 band geht das der zuck ich weiß ich mache das animation aber schon nicht drauf ist wahrscheinlich macht lustigen strahlungs kacke da geht es rein doch geht ein neuer papst oder gewählt nur über 50 folgen gebraucht und das hier zu schaffen leute hat atom atomkraft so soll ich jetzt noch diesen akte zusammen vorsehen weiß nicht kriegen wir genug box sieht und wenn es ab zu bleiben erstmal gucken wie viel das ding hier noch wie viel das produziert einmal reingeguckt ein glückhalt 2500 megawatt langweilig ach so willst du mal eine chart rein machen bitte du kannst drei schaden machen ich habe gerade keine klausel mal aus irgendeinem teil und der zug eigentlich genug der eigentlich noch oder hat ja ja der kommt jemand die radioaktive radioaktive scheiße da auf den container holen ich kann den anzug geben wenn du möchtest 5000 aber das bringt ja nichts ohne den blöden filter also merkt euch von 2500 250 prozent zusätzlich sind 5000 das macht auch sind die 5000 macht das ding maximal megawatt 6250 maximal mit stunden steht doch ziel im megawatt 6 250 megawatt und zitten bald hier aber nicht links wo die brennstäbe drin sind untersteht 5000 production aber guck mal unten bei bei den upgrades unten wo 250 prozent steht darunter target mb ja ja gut warum steht dann unter nuclear für rot also links oben beim input das power production 5000 ist also der abfallslot ist voll kannst du mal bitte lehren ich habe doch ein container dann gestellt toll dort die du hast die was die aluminium produktion nahm gelegt ist ja schon klar ne irgendwer hat den fahrstuhl abgerissen ja das box sieht unten vom bahnhof hier hoch bringen sollte hey nobody der output ist leer aber guck mal drückt mal drauf das steht abfallslot ist voll bei mir steht weiß dass nichts drin ja da steht auch da ist nichts drin aber ich habe trotzdem unten die in die nachricht also direkt darunter abfallslot ist voll nee da ist bei mir die führer mit einer anzeige die voll ist aber das heißt für mich dass der brennstab halt noch nicht ausgebrannt ist einfach mir steht noch bei mir ist weiß leer und der container geschlossen ist der automatische transportiert werden wer hat man jetzt nur kula strom ok gesehen was gesehen haben wir das auch mal gesehen genau habe ich gesagt und jetzt was habt ihr den akreaktor die da ist es wäre aufgestellt ja denn ich habe den akreaktor eingestellt da muss ich aber brauche ich aber box sieht um das kühlmittel herzustellen ich komme zu der exaktor ich gebe dir einen anzug ein anzug habe ich ja ich aber ich habe diese dann kriegst du viel dafür mehr da hinten sehe ich schon das ist aber du bist nein ich bin drin ach so bleibt stehen ja so du willst masken haben ist auf dem maskenball genau was ist das hier das sieht aus wie teilchenbeschleuniger das ist der art reaktor das ist der akte rumlaufen da müssen wir noch das mittel verbauen also bei der station für die 3 das wäre wie gesagt habe ich schon mal einmal bei material reingegeben viermal kann man es insgesamt machen aber das ist sehr sehr teuer sehr 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 teuer wie soll der akreaktor funktionieren also was für eine technologie ist das plasma ich glaube das wird schon sein schätze ich mal da sieht man sehr wahrscheinlich auch die effekte hier durch die fenster das hat geil sieht man so leichten also lila glimmer also leuchten so wahrscheinlich so ganz leicht das mal auch so den plasma hergestellt die teils wäre ist die funktioniert die schon dieses komische bürogebäude da das ist nur die bodenstation wie die drei mal erklärt und nein sie funktioniert noch nicht die zuschauer zu beleidigt schon sind sie mal erklärt tut mir leid dass sie mit meinem zeug beschäftigt war da hinten tut mir leid dass ich tut mir leid sagen dass du tut mir leid sagst schön dass es dir leid tut sollte es auch genau ihr seid alle böse komm ich wiederbelebe dich oder auch nicht kommt da kommt da kommt da ja kommt ja es ist teuer leute seht ihr was ich da wenn ich es konnte das ist naja kunststoff ist wieder ein bisschen ich liebe auch noch mal der computer durchs das war 100 stück glaube ich so fleißig wie die da abziehen bringen müssen wir da bei dem atomreaktor nicht irgendwie noch von wegen ja war da nicht irgendwas ja weil es wird sich strahlung aufbauen schön ich komme nicht an meine kiste dran ich glaube ich komme nicht an die kiste ran gespawnt ist ich komme nicht an die kiste ran die war oben dann warte ich komm gucken ich komme nicht an die kiste ran sage ich und schreie mann oh mann was soll das denn sag es mir ich komme auch zu dir ja schön ist es schön ist es mit geld zu sein und so genau ja dann tun wir es halt hier boxy klauen wir brauchen es ja eh nicht mehr so wo war es hier war es doch ja wir müssen dann auch noch sehen irgendwie dass wir dieses komische element schnudelnudelium abbauen oder wie das heißt ich bin bereit wie mir ab hallo hier siehst du die nicht du musst dich hinstellen hierhin wo ich stehe sie du bist bei mir ja bin ich auch aber du musst mehr an ja ich kann nur die gleichen zu greifen ist keine kiste wenn ihr das war spaß ich wollte gucken ob ich durchsetzen kann aber wacht bitte was ja dann musst du dir wohl oder übel eine neue dinge holen weil ich komme jetzt leider auch in nicht dran auf welchem band läuft denn jetzt was ich weiß ich gar nicht mehr das schöne daran wenn man nicht mehr sieht was auf welchem band läuft so entsteht an salat bei den drei bändern die von der alten basis kommen auf welcher etage was gekommen ist ersten zwei waren glaube ich als in der nachtkupfer war doch ein einfach doch auch kalt stein geliefert achte ich guck's mir an ich guck's mir an ich guck's mir an ruhe langsam kalt stein kommt ganz unten und ganz oben kommt dann eisenerz und in der mitte kommt kohle weil ich muss nämlich beides abklacken für die käse kacke da die käse kacke jetzt teil 2 ach ja meine lieben nach ja wenn ihr das hier seht dann ist es nur noch eine woche hin bis zum umzug und ich freue mir heute auf den tag genauso ist sogar also heute aufnahme donnerstag ist nur noch zwei wochen und wir freuen uns dann sind auch die nachbarn los endlich die jetzt extra viel und poltern nach 29 uhr rumhämmern draußen das tor richtig zu knallen umrollen das ist hier drin vibriert und die kleine wach macht immer diese sozialen genau aber hier das wundert mich mit dem gebauten akw das oben das nicht siehstag das abfallslot ist voll das wundert mich wo ist denn der abfallslot überhaupt das muss ich mir mal angucken ach hier das das ist der abfallslot aber da kommt nichts raus ich glaube zeigt sogar an sechs sind nur sechs brennstäbe drin da müssten sechsten sein aus es hat noch mehr produziert also kommt da kommt da nicht noch ein kohleband an im allerersten das zweig ich einen komplett ab glaube ich ich meine das eine was ich mir mal erschlossen hatte was von weit her kommt ich hatte mir auch letztens erst eins erschlossen wo man sich die neue stahlproduktion gemacht habe und das alte weiß ich gar nicht und das was du noch das habe ich gar keine ahnung wo das wort ist flüssigkeit ist okay also dann hat das ding back oder so ich weiß es nicht wie flüssigkeit ist okay flüssigkeit ist okay hat genug flüssigkeit wie lange brennen brennstäbe denn weil hier ist warum hat er genug flüssigkeit und warum ja ich frage mich auch weil ich habe das rohr nämlich wieder abgebaut okay das spiel ist kaputt ja das spiel das kaputt mein jetpack hat gerade null energiezellen aber fliegt trotzdem merke ich kann ja vielleicht liegt das daran auch daran dass hier kein wasser verbraucht wird das stimmt denn ihr lieben wir haben uns dazu entschlossen weil zum ende zu kommen und wollte man auch ein bisschen was noch zeigen was man so bauen kann und wie geht denn das kreative wir sind jetzt böse nee aber obwohl das aus ist nix wird schon irgendwann kommt haben wasser ist genug wo ich jetzt angst habe wo es meinen treibstoff hin wo er ist mein treibstoff geworden dann steht jetzt nur power 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 so cool das ist alles nur nukulau 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 ich weiß noch ob das funktionieren würde ich mir eigentlich auch schon mal zig zag center du hast doch so schön anmoderiert sind wir schon soweit ah ich würde sagen oder ja gut äh liebe kinder dann äh nachdem wir jetzt hier mit lustigen wasser spielen gespielt haben ein schönen tag hier und hoffentlich war es nicht so warm bei euch wie bei uns und wir fanden das alle doof genau das hoffen wir auch war richtig scheiße heiß aber das ist halt so sommer kommt es ist heiß winter kommt es ist kalt ja aber ich dachte ganz ehrlich winter mache ich lieber weil im winter muss ich mir noch mehr sachen anziehen um das mir warm ist aber im sommer ist man irgendwann bei der natürlichen grenze von sachen irgendwann ist halt rum mit lustig machen wir keinen treibstoff hier unten keine Ahnung gut okay lieben vielen lieben dank und bis zum nächsten mal tschüss 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 tschüss